Hallo Leute, der Sommer naht mit großen Schritten und wir wollen natürlich alle einen Top-Body für die Badesaison haben. Hier kommen also 7 Dinge, die ihr nicht essen solltet, wenn ihr abnehmen wollt. 1. Reine Kohlehydrate Wer nur Reis, Cracker, trockene Getreideflocken oder Brot isst, tappt in die Falle. Denn durch die Kohlehydrate-Bombe gerät der Körper in einen regelrechten Zuckerrausch und schickt den Zucker sofort in den Blutkreislauf. Ein hoher Blutzuckerwert führt zur Ausschüttung von Insulin, das den Blutzuckerspiegel wieder senken soll. Das Problem dabei? Der Blutzucker sinkt nicht zurück auf den Normalwert, sondern weitaus tiefer. Die Folge? Fieser Heißhunger. Um schnell wieder an Energie zu kommen, greift man also oft wieder zu zuckerhaltigen Lebensmitteln, erklären die Ärzte. Natürlich sind Kohlehydrate an sich kein absolutes No-Go. Man sollte nur einige Kleinigkeiten beachten. Wer gerne snackt, sollte eine gute Mischung aus Kohlehydraten, gesunden Fetten und Proteinen wählen. Der Körper braucht natürlich länger, um Proteine vollständig zu verdauen. Dadurch ist man länger gesättigt. 2. Tiefkühlmahlzeiten Damit die tiefgekühlten Gerichte lange haltbar sind, reichern Lebensmittelkonzerne diese gerne mit Sodium an. Sodium ist ein natürlicher Konservierungsstoff, der Wasser im Körper speichert. Dadurch wirkt der Bauch gebläht und man erkennt keinen Diätfortschritt, selbst wenn man einige Kilos abgenommen haben sollte. Außerdem sind Tiefkühlmahlzeiten häufig in kleine handlichen Boxen gepresst. Obwohl die Mahlzeit klein erscheint, soll sie dennoch sättigen. Daher verbergen sich in diesen kleinen Boxen häufig Massen an Kalorien. Das Hirn wird aber ausgetrickst und glaubt, eine kleine Mahlzeit bedeutet wenig Energie für den Körper. Daher solltest du auf diese unsättigenden Dickmacher wirklich verzichten. 3. Ballaststoffreiche Snacks Natürlich braucht der Körper Ballaststoffe. Sie regen die Verdauung an und sättigen über einen längeren Zeitraum. Auch wenn ihr weniger Kalorien zu euch nehmt, verzichtet aber auf Snacks, die mehr als 25 Gramm Ballaststoffe enthalten. Denn diese konzentrierte Menge führt oft zu Bauchschmerzen. Verteilt die Ballaststoffe lieber über den Tag und greift zu natürlich ballaststoffreichen Produkten wie Gemüse oder Obst. 4. Fettreduzierte Produkte Wer fettreduziert, also light, isst, geht das Risiko ein, mehr zu essen. Allein das Wissen, dass die Mahlzeit weniger Fett enthält, kann die Hemmschwelle viel zu essen senken. Da Fett ein Geschmacksträger ist, fügen Lebensmittelkonzerne fettreduzierten Mahlzeiten häufig mehr Zucker hinzu. Wer also zu fettreduzierten Produkten greift, ist häufiger mehr und zuckerhaltiger, deswegen solltet ihr besser die Finger davon lassen. 5. Frisch gepresste Säfte Ja, ihr habt richtig gehört. Schon für eine kleine Menge Orangensaft müssen viele Orangen ausgepresst werden. Wenn du also auch nur ein kleines Glas Orangensaft trinkst, nimmst du Kalorien vieler Orangen zu dir. Allerdings ohne die natürlichen Ballaststoffe der Frucht. Das ist auch der Grund, warum selbst frisch gepresster Fruchtsaft viele Kalorien enthält und den Blutzuckerspiegel hochtreibt. 6. Künstlich süße Getränke Limonade ohne Zucker, die aber trotzdem süß schmeckt, ist angereichert mit Süßstoffen. Genau wie bei den Tiefkühlprodukten treiben die künstlichen Süßstoffe den Blutzuckerspiegel hoch. Der Heißhunger macht sich wieder breit. Greift am besten immer zu Wasser. Mineralwasser mit Kohlensäure braucht mehr Platz in Magen und sättigt somit auch. 7. Alkohol Wenn ihr wirklich ernsthaft abnehmen möchtet, solltet ihr unbedingt komplett auf Alkohol verzichten. Natürlich gibt es Cocktails, die weniger Kalorien als andere haben, aber prinzipiell arbeitet Alkohol immer gegen eure Diätpläne, denn er enthält viele Kalorien, die weder sättigen noch Nährstoffe enthalten. Außerdem wirft man alkoholisiert schneller alle guten Vorsätze über Bord und wählt eher Pizza statt Salat. Dankeschön! beschäftigt 순